Willkommen zur Kritik an Hollywoods liebster Schwiegerfamilie, die Shyamalans. Das hört sich doch wie so eine Full-House-Serie an. Die Shyamalans. Und wir als Kritiker sind wir nicht alle Söhne und Töchter der Shyamalans. Ja, das sind wir. Definitiv das sind wir. Nicht so lange drüber nachdenken, ob das Sinn nur gibt oder nicht. Genauso wie man es mit den meisten Shyamalan-Produktionen nicht tun sollte. Nicht so lange drüber nachdenken, sonst implodieren diese Gebilde. Und ja, hier sind wir. Hier sind wir. Die Shyamalans, die breiten sich aus, die vermehren sich. Irgendwann werden alle Regisseure nur noch Abkömmlinge Shyamalans sein. Willkommen in der Zukunft. Und insofern war es für mich interessant, dieses neue Double Feature mir anzugucken. Denn The Watchers, ich denke, die meisten Leute haben es mitbekommen, ist das Debüt von M. Night Shyamalans Tochter. Deren Namen ich jetzt grad gar nicht mehr zusammenbringe. Die heißt einfach so, also auf deren Ausweis steht M. Night Shyamalans Tochter Shyamalan. Da bin ich mir sicher, dass das so draufsteht. Und ja, ein Trap ist der neue M. Night Film. Und das war ein interessantes Double Feature, die sich auch noch weiterführend überkreuzen. Ähm, was ich zu diesem ganzen Shyamalan Nepotism dann zu sagen hab. Ähm, und ... Nein, ich habe nicht vergessen, in dieser Kritik ähm, einen wie üblichen Timestamp zu verifizieren. Ähm, den wird es hier nicht geben, denn ich habe nicht viel zu diesen beiden Filmen zu sagen. Es ist mehr eine Erzählung meiner Erfahrung mit diesen beiden Filmen. Ähm, es ist jetzt nicht eine eine abgesteckte Kritik. Ich meine, ja schon irgendwo, aber es, wie gesagt, ich, ich finde das Ganze sollte man mehr als Gesamtexperience sehen. Äh, deswegen mache ich keine Timestamps tatsächlich zu dieser Kritik. Ähm, ja, Shyamalan ist, äh, nach wie vor einer der interessantesten Regisseure, der in unserer heutigen Zeit noch, äh, arbeitet. Er versucht immer wieder was Neues zu machen. Ähm, das hat er definitiv mit Trap auch mal wieder unter Beweis gestellt. Wir kommen dann drauf. Aber, ähm, wir beginnen trotz alledem mit The Watchers, den ich auch zuerst gesehen hab. Ähm, ich hab jetzt beide Filme relativ back-to-back gesehen. Ähm, vielleicht so mit drei Tagen dazwischen oder irgendwie so. Also, sie sind noch relativ back-to-back in meinem Gedächtnis. Und ich denke, alle Leute haben es mitbekommen. Ähm, wie gesagt, The Watchers, ähm, hat keine guten Kritiken bekommen. Ähm, die meisten Leute mochten ihn nicht. Ich mein, ähm, ich kann ja mal kurz auf IMDb schauen, live Research. Ähm, ich gehe davon aus, ähm, dass der Film irgendwo auf einer 5, irgendwas sitzen wird jetzt. Das ist, äh, äh, definitiv keine bewundernswerte Wertung auf IMDb. Äh, wenn mich das Internet nicht wieder im Stich lassen würde. Aber, ähm, eigentlich müsste ich ja jetzt der ultimative Contrarian sein. Na, also, eigentlich würde es meinen Ruf diktieren. Äh, vor allem als jemand, der M. Night Shyamalan ja oft, äh, zu ... Also, fast schon wahrscheinlich abstrusem Level verteidigt hat. Auch um den ganzen Hatern einfach eins entgegenzusetzen. Zum Teil auch, ähm, weil, wie gesagt, ich es legitim lobenswert finde, wie M. Night Shyamalan sich einfach nicht unterkriegen lässt. Ich finde das wirklich legitim beachtenswert. Ähm, wie M. Night Shyamalan einfach sagt, ich mach einfach weiter. Ich lass mich da gar nicht beeindrucken von. Ich find das toll. Ich find das richtig toll. Ähm, das sind tolle Qualitäten eines Künstlers, ähm, die ich oftmals auch gerne hätte. Aber ja, äh, 24.000 Votes, das ist jetzt auch wirklich nicht viel. Äh, 5,7, das ist jetzt sogar noch besser, als ich gedacht habe. Ishana Shyamalan, was für ein Tung-Twister. Nein, eigentlich wäre natürlich, würde, 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 würde die, die Logik meines Formats diktieren, dass ich den Film jetzt verteidigen müsste. Das tue ich aber nicht. Äh, der Film ist, äh, legitim furchtbar. Ist richtig, richtig furchtbar. Aber auf eine Art und Weise, die sich nicht gut dafür eignet, eine Kritik dazu anzufertigen. Denn das Problem ist, ähm, also erst mal die, die, die Story per se, ja, die hat dann auch den typischen blöden Shyamalan-Twist, ähm, was Trap tatsächlich nicht hat. Aber da kommen wir dann drauf zu sprechen. Ähm, aber du, die Story ist das geringste Problem. Ich fand sie eigentlich per se ganz nett. Ähm, mich hat der Film so vom Aufbau her erinnert an so Zeug wie, äh, Barbarian. Ähm, ich weiß nicht, ob, äh, Leute jetzt, äh, Barbarian kennen. Das ist so eine Art von Film, wo du meinst, sozusagen, oh, das ist erst das. Und dann denkst du, ach nee, ach so, das ist doch nicht real. Und das ist die Art von Film. Und dann ist es doch real. Und es wird auf einmal wieder der Film. Ähm, so funktioniert nach diesem ähnlichen Aufbau dieser Film, ähm, The Watchers, ähm, tatsächlich so abstrus die Geschichte an sich sein mag. Ich find, sie war per se in ihrem Aufbau fein. Wir haben jetzt schon mehrere solche Filme gesehen, die Leute teilweise auch im Indie-Horror-Bereich mochten. Ähm, da lag jetzt die geringste Problematik für mich. Nein, die wirkliche Problematik von The Watchers ist rein handwerklich. Und, und wie, ohne dass Leute den Film sehen, hören, fühlen, experiencen, wie machst du Leuten jetzt handwerkliche Fehler klar? Denn natürlich kann ich jetzt versuchen, Leuten zu beschreiben, wie ein Song nicht gut klingt. Wie ein Bild nicht gut gezeichnet ist. Aber um es wirklich zu internalisieren, muss man es selbst sehen, muss man es selbst hören, muss man es selbst spüren. Und natürlich kann ich jetzt hier einen ellenlangen Monolog darüber ansteuern, wie, ähm, das Editing, also zum Teil unglaublich viel tote Luft mit dabei hatte. Ähm, teilweise komisch in seinen Einstellungen gecuttet waren. Irgendwie alles fühlte sich an, als wäre es der allererste Take gewesen, so richtig Ed Wood-Style. So, ja, wir haben das im Kasten, nächste Szene, wir müssen das irgendwie in zwei Wochen fertig haben, das Ding. Ähm, die, das Acting ist so strange. Mensch, es ist so schlecht on cue. Du, du, du hast so richtig so Szenen mit dabei, wo, wo du richtig siehst, wie die Schauspieler sich so, so innerlich vorbereiten, jetzt ihren Text zu sprechen. Und, und ihn dann sprechen und er ist nicht wirklich gut und es ist trotzdem irgendwie so im Film mit drin. Es ist unendlich weird und, äh, einer der abstrusesten Faktoren ist auch, dass teilweise irgendwie das Skript vergessen hatte, dass die Figuren, obwohl sie jetzt Sätze sprechen müssen, niemanden haben, zu dem sie diese Sätze sprechen. Und sie sprechen die Sätze in einem Monolog dann trotzdem. Zu niemandem. Zum Zuschauer. Ist es, ist es insane. Ich gehe davon aus, so muss es sich für Leute angefühlt haben, äh, mein Buch zu lesen. Ähm, ich kann nur mutmaßen, dass es so war. Dass du sagst, ja, das, das, wie, wie, wie beschreibe ich jetzt, ähm, solch handwerkliche, ähm, also, also Unzumutbarkeit, wo einfach, einfach Basics nicht stimmen. Auch absolut irre war die, also, die CGI war grottenschlecht, äh, das möchte ich auch dazu gesagt haben. Ja, die CGI war ein richtiges Desaster. Ähm, und obwohl der ganze Film in einem Wald spielt, also die simpelste, billigste Location, die du überhaupt haben kannst, war teilweise der Wald mit CGI gelöst. Also, es war trotzdem eine, eine Soundstage und der Wald war dann teilweise per CGI erweitert. Es ist, es ist, es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Also, das ist, dieser Film war von einem handwerklichen Level her so schlecht, dass ich legitim nicht glauben konnte, dass das im Kino lief. Also, es war, es war, es war, es war wirklich brutal. Also, das war nicht nur, dass ich jetzt sag, oh, es ist irgendwie Arzifazion, es gefällt mir nicht. Nein, nein, also, es war wirklich einfach handwerklich schlecht gemacht. Auf, also, so schlecht. Ich könnte mich gar nicht erinnern, was der letzte Film gewesen wäre, den ich auch nur so vergleichen könnte. Aber, das jetzt mal so meine Kritik zu The Watchers, die jetzt sehr, wie soll ich sagen, die jetzt sehr überschaubar ausfällt. Kommen wir zu Trap. Ähm, denn es ist nicht schlimm, dass jetzt, ähm, Shyamalan's Tochter, deren Namen ich jetzt schon wieder vergessen hab, ich hab noch grad erst nachgeschaut, ähm, es macht, es macht nichts. Es ist nicht schlimm, dass sie in Zukunft, äh, aus Hollywood als Regisseurin geschasst wird, denn sie ist ein absolutes Multitalent, das mindestens noch fünf andere Karrieren aufbauen kann, wie uns M. Night Shyamalan Glauben machen wollte in Trap. Ähm, so, aber eine natürliche Hinführung zu diesem Thema. Ähm, Trap hat, äh, tatsächlich keinen Twist, ähm, das möchte ich per se, ähm, vorneweg geben. Ähm, Trap, ich weiß jetzt nicht, wie vielen Leuten sich die generelle Story bereits aus dem Trailer erschlossen hat. Ähm, deswegen möchte ich jetzt wirklich praktisch gar nichts spoilern in diesem Film. Ähm, ich kann eben nur so viel sagen, vielleicht hat sich Shyamalan gedacht, der ganze Film ist ein Twist. Weil du bekommst die Story auf eine Art und Weise präsentiert, ähm, die sehr ungewöhnlich ist. Äh, ungewöhnlich, wer der Protagonist ist, wie die Perspektive des Films abläuft. Vielleicht ist, vielleicht sind wir alle ein großer Twist. Vielleicht ist das Leben ein Twist. M. Night Shyamalan versucht mehr und mehr uns zu dieser Überzeugung hinzuführen. Und ich glaube, das ist das übergreifende Genie seiner Werke. Ja, also, ähm, ich möchte der Leuten wirklich gar nichts spoilern. Ähm, mir war natürlich grundlegend, ähm, die Idee klar, dass, ähm, das ein Nepotism-Projekt ist, in dem M. Night Shyamalans Tochter gefeatured wird als diese Superstarsängerin, auf deren Konzert sie eben gehen. Und, ähm, okay, also, das war mir grundsätzlich klar, das war jetzt keine Überraschung für mich. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, um, um jetzt gleich das Positive vorwegzunehmen. Ähm, also, im direkten Vergleich, auch wenn dieser Film eine gewisse Form von Weirdness, typische M. Night Shyamalan Weirdness zu sich hat. Du hast hunderte Einstellungen, wo die Schauspieler auf die Kamera zugelaufen kommen und dann mit der Kamera reden. Ja, also, der, also, der Charakter, also, Josh, Josh Hartnett oder wie er heißt, steht eigentlich da. Aber, aber, aber sein Gegenüber redet mit der Kamera. Also, das, da war er ganz, ganz stolz drauf, auf, auf diese Idee in diesem Film. Also, aber trotz dieser Eigenheiten, die ich ja eigentlich liebe an, an M. Night, ja, in jedem seiner Filme ist so ein Quatsch mit dabei. Und er versucht sich da auch immer auf Teufel komm raus selbst neu zu erfinden. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, im Vergleich zu The Watchers war das ein fucking Oscar-Contender, der Film. Also, allein, also, die ganze Cinematografie, M. Nights Editing, der Score war relativ ordentlich. Es ist ein, also, im, im, wenn du sowas siehst wie The Watchers und dann guckst du dir diesen Film an, so sehr dir einige explizite Entscheidungen auch nicht gefallen mögen, wie dieser Film gemacht wurde, merkst du erst auf einmal den Unterschied an Professionalität. Das, finde ich, war wirklich sehr, sehr interessant. Also, das sind, das sind nicht nur Welten, das sind Dimensionen dazwischen. An Verständnis. Wie kommt das, was ich hier gefilmt und zusammengeschnitten habe, rüber? Wie empfindet der Zuschauer das? Welche Emotionen wecke ich? Schaffe ich es, den Zuschauer abzuholen und so mit mir mitzuzerren? Das ist, also, erstaunlich. Also, das sind, das ist, das sind Sachen, über die machst du dir normalerweise gar keine Gedanken, wenn du weitestgehend nur ordentliche Filme dir anschaust. Und deswegen ist es wichtig, sich hier und da sowas wie The Watchers anzusehen, weil du auf einmal eine neue Perspektive bekommst. Weil du auf einmal Sachen wertzuschätzen weißt, die gar nicht so selbstverständlich sind, wie du meinst. Und also, von dem rein technischen Level her, von der Regie her, war das wirklich M. Night Shyamalans Eigenheiten beiseite. Echt toll gemanagt und hat wirklich Spaß gemacht. Ja, das Konzert war wirklich gut eingefangen. Auf das Konzert selbst kommen wir dann noch, weil das ist so eine Meta-Ebene, die ich auf jeden Fall adressieren muss, leider an diesem Film. Aber, also, so eine Idee, auf so viele interessante Arten und Weisen umzusetzen, so viele verschiedene Plätze und Locations zu finden, die den Filmen doch Abwechslung geben, die dir ein Verständnis von Progression geben. Das war klasse. Ich meine, es gibt dann so ein paar strange Sachen, weil irgendwie wird das Konzert irgendwie fünfmal mit Pausen unterbrochen. Ich glaube, kein Konzert der Welt funktioniert so. Aber wie gesagt, denk nicht so viel drüber nach. Und das ist wirklich ... Also, mein Problem ist leider, ich hab leider vergessen, mir meinen Timer richtigzustellen. Deswegen sind die Zeitangaben, die ich jetzt Leuten liefere, sehr vage. Also, so etwa zehn Minuten plus minus. Aber die ersten 40 Minuten, würde ich mal sagen, ich hoffe, das kommt in etwa hin, die ersten 40 Minuten waren fast der pure Fun für mich. Hat wirklich Spaß gemacht. Also, auf jeden Fall mindestens eine 6 von 10. Wo ich sag, das war echt ... Ja, war zu ... Also, es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen und jetzt nicht mitgerissen oder so. Aber es war fun. Vor allem auch in Juxtaposition mit The Watchers. Und das ist das Unglaublichste für mich gewesen. Ich fand die Musik gar nicht schlecht. Ich fand die Shyamalan-Performance echt ordentlich. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, die Musik. Das war eigentlich noch so ein zusätzlicher kleiner Pluspunkt, der dann die Experience aufgehievt hat. Aber wenn ich schon diesen Timestamp nenne, können sich Leute denken, wo das jetzt hinführt. Nämlich, dass ich sage, oh ja, aber nach diesen 40 Minuten hast du, ich glaub, mindestens 15 Minuten ... Und das ist grad mal der Anfang vom Schlechten leider. Ähm, hast du locker 15 Minuten einfach nur das Konzert. Mitten hier und da ein paar Reaction-Shots von den Figuren. Aber hauptsächlich einfach das Konzert. Einfach die Musik, die Performance von, ähm, Shyamalans Tochter, was auch immer der Name jetzt war. Ähm, das ist bitterer Filler. Und egozentrischer Nepotism und Narzissmus, der wirklich, äh, den Film unterminiert und es fast einfach zu Werbung macht. Also wirklich Werbung für die Shyamalans. Und das war sehr, sehr ärgerlich. Und was dann noch hinzukommt, und das hab ich überhaupt nicht kommen sehen. Ich mein, vielleicht ist das der Twist des Films. Auf einmal nach, also auf alle Fälle 50 Minuten wird auf einmal seine Tochter, also, also, M. Night Shyamalans Tochter, nicht die Tochter im Film, ähm, wird M. Night Shyamalans Tochter auf einmal praktisch zur Protagonistin des Films. Obwohl sie vorher absolut keine Rolle spielte. Sie war einfach Backdrop-Szenario des Films. Äh, äh, und, also, du hast nach 50 Minuten einen komplett neuen Charakter, der jetzt auf einmal der Protagonist wird. Es tut mir leid, aber das ist, das ist absoluter Nonsens. Und hat auch absolut null Spaß gemacht und war ein, 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 ein rein technisches Ärgernis, wie dieses Skript gestaltet wurde. Ähm, und das zieht den Film wieder runter. Und, ähm, dann muss ich jedoch zugestehen, war die gesamte Endsequenz echt gut. Äh, auf, auf einmal wird das Ganze zu so einer Art Familiendrama, das überhaupt nichts mehr mit dem restlichen Film zu tun hat. Und die Schauspieler, hast du das Gefühl, adlippen ihre ganzen Dialoge. So, so richtig so wie in Split. Und M. Night Shyamalan hat einfach gesagt, weißt du was, ich überlasse euch das jetzt. und, und macht einfach was draus. Macht eure eigene Szene draus und ich filme das einfach ab. Und das hat auch wieder unglaublich viel Spaß gemacht, war sehr, sehr gut geschauspielert. Ähm, richtig gute Dialogschreibe. Ähm, tolle Performances. Das Ende war richtig gut. Das Ende war dann auf einmal wieder richtig, richtig gut. Also ich, ich, ich tu mir sehr, sehr schwer, diesen Film zu bewerten. Aber, ähm, ich befürchte, ich muss am Ende des Tages doch auf eine 5 gehen. Weil er, er war über eine halbe Stunde hinweg, wenn nicht sogar länger, dann leider doch ein ziemliches Ärgernis. Ich gebe ihm eine 5+. Äh, es ist fast eine 6, aber es ist, reicht nicht ganz aus. Ähm, man kann definitiv sein Fun mit diesem Film haben. Ähm, er ist per se fein, aber es, wie gesagt, es gibt einfach Ärgernisse in diesem Film, die, die Experience runterziehen, die weirden Performances zum Teil sind auch eher verstörend, als dass sie Spaß machen. Es sind leider all so diese Aspekte, die zusammenkommen zu einer nicht 6 von 10. Ähm, und, achso, ja, und The Watchers, Entschuldigung, The Watchers gebe ich eine 2 von 10. Äh, The Watchers war rein von einem technischen Level her indiskutabel, also fast nicht als Film wahrnehmbar. Ähm, 2 von 10 tatsächlich. Also nicht, dass ich böse bin. Nicht, dass ich jetzt sag, äh, Oh, The Watchers war so ein schlechter Film, aber, ähm, es ist einfach, es ist mehr Mitleid, dass diese Experience begleitet hat. Verstehen Leute, was ich meine? Es ist nicht, dass ich jetzt wütend bin auf den Film. Es ist mehr, dass ich, dass ich so mitleidig frage, wie kann so was passieren? Wie kann so was, wie kann so was so finalisiert werden? Und alle sagen, ja, okay, das passt. Ähm, das ist einfach weird und kommt nicht zusammen. Und, ähm, ja, ich bin gespannt, wie es mit den Scheimalerns weitergeht. Das war ein sehr, sehr interessantes Double Feature auf alle Fälle. Ich hätte nicht gedacht, das so als abschließender Satz, ich hätte nicht gedacht, dass ich eine ordentliche Kritik dazu fertig bringe. Ähm, aber, aber Trap hat das Ganze so rekontextualisiert, dass es jetzt doch, finde ich, ein, ein, ein interessanter Spaß war, wie, wie diese Experience zusammenkam. Um, ja,